Wir sind wieder in der Adventszeit. Draußen ist es kalt geworden und wir freuen uns, wenn wir abends am Feuer sitzen oder Kerzen anzünden. Einfach an diesem Licht, das uns an Jesus erinnert. Und es ist so schön, wenn wir das auch genießen dürfen und wir wünschen euch einfach diesen Frieden auch im Herzen, um das zu genießen. Advent bedeutet auch, der Herr kommt. Wir wissen, für uns Christen ist der Herr gekommen, aber wir feiern es in dieser Zeit. So viele Lichter sind um uns herum, Kerzen, Bärenchen und was auch alles. Und es soll uns wirklich darauf hinweisen, auf den Herrn, der das Licht ist und dass wir auch strahlen zu unseren Mitmenschen in dieser Adventszeit. Denn wir als Christen haben etwas zu bieten, das Licht. Und wir wünschen euch eine wunderbare, besinnliche Adventszeit bei all dem Trubel, aber auch ein bisschen Zeit für den Herrn. Der Herr segne euch. Gesegnete Adventszeit.